Der Markt noch immer im Zierfischmodus, na zumindest ziert er sich noch ein wenig weiter nach oben zu gehen. Wir sehen, dass der Dow Jones hier im 4-Stunden-Chart nicht wirklich das Niveau hat halten können. Die letzten Hochs bei 30.000 hier nochmal erreicht, aber eben jetzt auf dem Weg nach unten. Und das würde eigentlich die Idee bekräftigen und die Türen dafür weit aufmachen, dass wir eigentlich diese Bewegung noch tatsächlich auf dem Schirm haben sollten. Also tatsächlich nochmal schwächere Kurse. Sieht ein bisschen danach aus, allerdings dürfen wir das nicht überbewerten. Das alleine macht noch kein Bärenmarkt, denn wenn wir das Ganze ein bisschen hier zusammenschieben, ich gehe mal auf 15-Minuten-Chart, dann gibt es immer noch eine recht realistische Chance, dass wir nach dieser Korrektur nochmal nach oben gehen. Dafür müsste er aber die alten Hochs nochmal rausnehmen. Deshalb für mich so ungefähr die Niveaus bei 29.900 nochmal interessant. Vorher würde ich hier eigentlich gar nicht groß was machen. Dann muss man wirklich so lange warten. Naja, ob man muss, ist immer so eine Sache. Ihr könnt natürlich auch hier in diesem Bereich jetzt im Kleineren nach genau so ein Muster suchen. Aber das, was hier vielleicht im Kleineren noch kommt, das ist das Ähnliche, was wir hier im mittleren Bild haben. Und das ist ja nichts anderes als das, was wir dann im größeren Bild hier haben. Ich habe jetzt hier ein bisschen hässlich gezeichnet, aber ungefähr wisst ihr, was wir haben. Das heißt, selbst wenn man hier erst einsteigen würde und der Markt dann irgendwie so etwas Ähnliches nach oben nochmal fortsetzt, sollten die Ziele eigentlich weit genug reichen, um noch ein bisschen Spaß zu haben. Denn das bullische Bild insgesamt ist ja unbedingt noch auf der Liste. So, aber das wäre das bullische Bild. Und ihr seht, dafür hat der Markt noch ein bisschen Hausaufgabe, da hochzukommen. Wie sieht es denn auf der Abwärtsseite aus? Wir haben doch schon ausgemacht, auch im übergeordneten Video jetzt am Sonntag, dass eigentlich sowas hier noch sehr realistisch wäre, dass das früher oder später noch passiert. Hm, können wir damit tatsächlich rechnen? Ja, dann müsste der Kurs allerdings eben nicht steil hier auf der Aufwärtsseite unterwegs sein, sondern müsste er irgendwas Schwaches hier zeigen. Also so ähnlich wie hier, nur umgekehrt. Hier war das ja auf der Abwärtsseite und nachher dann die Fortsetzung nach oben. Ich nehme es nochmal raus, dann seht ihr es besser. Stark auf der Aufwärtsseite, klar wackelig hier im Trendkanal auf der Abwärtsseite. Wenn wir sowas jetzt in umgekehrte Richtung hier bekämen, dann wäre für mich das ein ziemlich deutliches Indiz dafür, dass wir auf dem besten Weg für eine Fortsetzung hier nach unten sind. Das lässt sich durchaus auch auf die anderen Indizes übertragen, auch wenn das Bild ein wenig anders aussieht. Wir haben hier den Nasdaq, der so ein bisschen ausläuft jetzt hier. Da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also eigentlich, auch wenn ich hier auf den Tageschart gucke und mal vergleiche die Abwärtsseite und die Aufwärtsseite, dann finde ich die Aufwärtsseite eigentlich nicht wirklich attraktiv. Es hat schon etwas Korrektiv-Anmutendes, was wir hier haben. Aber ich muss auch dazu sagen, wenn wir hier mal ein bisschen im Allgemeinen gucken, dann hat das unter Umständen sogar etwas, was nur impulsiv hier auf der Aufwärtsseite, zumindest im vorderen Teil, jetzt sind wir hier im Pause-Modus, also im Prinzip hier auf der Korrektur-Seite. Und auch da wäre das noch möglich. Also wir sehen, dass es für beide Märkte grundsätzlich gilt, sowohl für den Blue Chip Index, den Dow Jones, als auch für den Nasdaq beispielsweise, dass beide Szenarien noch denkbar sind. Und deshalb ist für mich eigentlich interessant, tatsächlich die Trigger entsprechend abzuwarten. Das könnte beim Nasdaq zum Beispiel dieses Tief oder dieses sein, wenn der Kurs da durchgeht mit gewissen Chancen, dass wir das, was wir hier vorne hatten, hier hinten, wenn ich es verschieben kann, noch mal zu sehen. Also das halte ich für durchaus eine gangbare Lösung. Ein Ansatz. Nicht mit 100-prozentiger Erfolgsgarantie. Wir hatten hier schon mal einmal versucht, diese Richtung zu nehmen. Das hat nicht funktioniert. Der Kurs ist nach oben weggegangen. Hier sehen wir, dass der Kurs vielleicht die gleiche Situation noch mal machen kann. Auch hier gilt, dass es keine Garantie dafür ist. Wir sehen allerdings auch, dass die Chance-Risiko-Relation, falls es dann so ausgeht, doch relativ realistisch ist. Dafür sollte es insbesondere oder idealerweise möglichst dynamisch runtergehen. Also wann immer wir sehen, dass die letzten Stunden hier, die jetzt hier kommen, ziemlich steil. Das darf ruhig ein bisschen steiler sogar, als ich es jetzt hier gezeichnet habe. Also irgendwie sowas in der Richtung hier. Das täte der Sache gut. Ich müsste es nur verschieben können. Dann wäre es noch einfacher. Es ist nicht so einfach. Ihr seht, ich habe mein Programm nicht im Griff. Wenn wir ein bisschen ranzoomen, dann geht es in der Regel einfacher. Da haben wir es. Also geht ja doch irgendwie. Also ihr seht, wenn das ungefähr so in dieser Richtung eben ist, dann haben wir eine ganz gute Chance, dass das dann auch der nächste Start ist. Auf Minute muss man dazu nicht notwendigerweise gucken. Das ist zu kurz. Aber durchaus im 5-Minuten-Chart, im 15-Minuten-Chart einfach mal sehen, ob die Bewegungen nach unten fünffällig sind beispielsweise und wie es dann hier im jeweiligen dann weitergeht. Das kann dann eine zusätzliche Indikation geben. Wartet dann also auf genau die Trigger, wie wir sie besprochen haben. Trigger dieser Art, die kündige ich immer wieder an. Hier im Allgemeinen auf diesem Video. Wenn ich Trigger sehe, die sinnvoll sich umsetzen lassen, dann werde ich die natürlich gerne im Trade des Tages mit einbauen und aber auch im Born for Trading. Deshalb, wenn ihr Lust habt, meldet euch dafür an. Probiert das einfach mal aus. Dann seht ihr, wie wir mit diesen Situationen umgehen, wo unsere Entscheidungsmarken sind und wie wir dann unsere Stops und das Ganze setzen, also das ganze Handelsmanagement darum aufbauen. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Ganz liebe Grüße.